Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, mal wieder mit einer Preview. Eine Woche ist es her, letzte Woche gab es ja keine und jetzt haben wir wieder eine. Lass gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder auch ein Follow bei Spotify. Wir haben Marvin Vettori nicht gegen Darren Till, sondern gegen Kevin Holland. Und ja, ich muss da natürlich auch ein bisschen zurückrudern. Ja, ich war genervt von Kevin Holland, von seiner letzten Performance. Ich meine, vor zwei Wochen hatte er das Main Event und dort sah er alles andere als gut aus, hat viel geredet, aber nichts gemacht. Nun springt er sehr kurzfristig für den verletzten Darren Till ein, was man natürlich loben muss. Klar, die Performance gegen Derek Brunson war eine absolute Nullnummer. Das will er jetzt nicht nur mit diesem Einsprung in Short Notice, sondern vielleicht auch mit einer guten Performance wieder wettmachen. Aber Marvin Vettori, der Typ hat es drauf. Unterschätzt mir Vettori mal nicht, denn ich habe ihn vor seinem letzten Kampf schon unterschätzt. Da hätte er eigentlich gegen Jack Hermanson kämpfen sollen. Das war am 5. Dezember und damals dachte ich mir noch, okay, Jack Hermanson, einer der Top Prospects, einer der Top New Fighter, die wir in dieser Gewichtsklasse haben, wurde zwar von Jared Cannon hier unglücklich ausgenockt, aber dann dachte ich mir, okay, Hermanson gegen Vettori, das Ding wird Hermanson machen. Aber Marvin Vettori hat uns alle überrascht und hat Hermanson sehr eindeutig besiegt. Er hatte zuletzt, ja, die letzte Niederlage von Marvin Vettori war tatsächlich eine Niederlage via Split Decision und das gegen Israel Adesanya. Bedeutet, Vettori hat hauchdünn gegen Adesanya verloren und ist einer der Top Rising Stars. Einer der Leute, die ihr wahnsinnig großes Ticket in diese Top 15 einlösen konnten. Ich glaube, Hermanson war auf Platz 6, Vettori auf, wenn er überhaupt rankt war, dann ganz weit oben, 15, 14 und hat dann diesen Riesensprung gemacht, durch diesen Sieg eben. Und nun will er sein nächstes Ticket lösen und gegen Dana Whites Liebling Kevin Holland antreten. Vettori ist 27, also noch richtig, richtig jung. Kevin Holland ist auch erst 28, zwei junge, spritzige Fighter. Größenvorteil hat ganz klar Kevin Holland. Er ist 1,91, Vettori ist nur 1,83. Reichweitenvorteil liegt ebenfalls bei Kevin Holland, 2,06 Meter und bei Vettori 1,88 Meter Reichweite. Also rein auf dem Papier sollte Holland das machen. Holland hat natürlich auch schon starke Gegner gekämpft und Holland hatte natürlich auch schon ein längeres Trainingskämpf, weil er gegen Derek Brunson gekämpft hat. Das Ganze kann auch zu seinem Nachteil werden, ganz klar. Bedeutet, Holland hatte erst vor kurzem einen Fight, der über die Decision gegangen ist. Boah, hat er wirklich die Power, um jetzt nochmal sich vielleicht eine Schlacht gegen Vettori zu liefern, um einen richtig guten Fight zu liefern? Vettori ist frisch, der Junge ist knackfrisch, der hat Bock. Holland, hm, stand auch viel unter Kritik. Er hat gesagt, er will die Fehler vom letzten Mal ausbeißen. Er hat sogar selber eingesehen, dass er da zu viel geredet hat. Er hat seiner Ecke nicht wirklich zugehört. Das heißt, Kevin Holland hat seine Fehler, die er gemacht hat, definitiv ausgebessert. Das dürfen wir nicht vergessen. Gut, ansonsten haben wir Mike Perry auf der Fightcard. Co-Main-Event ist Sodec Youssef gegen Arnold Allen. Sodec Youssef definitiv einer der Featherweights, die man beobachten sollte. Und ansonsten, ja, Nina Ansaroff gegen Mackenzie Dern. Und ansonsten nichts wirklich Weltenbewegendes. Wir freuen uns einfach mal auf Marvin Vettori vs. Kevin Holland. Link für einen Gratis-Monat gibt es natürlich wie immer bei uns. We Love MMA in der Instagram-Story. Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch in das Wochenende. Viel Spaß bei Marvin Vettori vs. Kevin Holland am Wochenende. Wir sehen uns danach. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020